Wir sind das VSAW-Bundesliga-Team, wir sind die Segelmannschaft und waren jetzt in dieser Saison Teilnehmer der Segel-Bundesliga und haben dort den deutschen Meistertitel errungen. Wir sind neben dem Segeln gut befreundet und beim Segeln ehrgeizig und ein super gutes Team. Weil wir bestimmt eine Randsportart sind, die relativ wenig medialer Auffassung wird abbekommen, obwohl wir da sehr viel Lebenszeit und Engagement rein investieren und wir uns dafür auch mal belohnen lassen wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017